Hallo zusammen, mein Name ist Hugo. Ich arbeite bei der Firma Valo und mache eine Lehre als Pflasterer. Ich bin im dritten Lehrjahr und ich würde euch gerne meine Baustelle zeigen. Kommt einfach mit! Bevor ich mit dem Pflasterer anfange, muss ich zuerst mein Material holen, wo ich alles brauche. Dann gehe ich meine Steige holen und beginne sie zu setzen. Wenn du eine Lehre als Pflasterer machen willst, brauchst du Motivation. Du musst gut im Team arbeiten können und du musst weiterfester sein. Ich mache meine Lehre bei Valo, weil ich bei verschiedenen Baustellen arbeiten kann. Mit meinen Mitarbeitern habe ich es immer lustig. Und als Lehrling habe ich sehr viel Verantwortung. Ich hoffe, mein Alltag hat dir gefallen. Wir bleiben euch auch bei Valo und Pflasterer und nachher den Lehre als Pflasterer. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.